Tschu-Tschu, Titunis! Hallo Freunde von Titunis! Lasst uns die Eier öffnen und die Prinzessinnen finden! Ja! Los geht's! Lasst uns die Überraschungen entdecken! Eins, zwei, drei! Oh, seht mal! Das sind bunte Überraschungseier! Ja, lasst uns das bunte öffnen! Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Eins, zwei, drei! Oh, eine Prinzessin in einem gelben Kleid! Ein gelbes Kleid! Lasst uns ein weiteres Überraschungsei öffnen! Das... Orangene Ei! Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Eins, zwei, drei! Das Kleid dieser Prinzessin ist blau! Ein blaues Kleid lässt uns ein weiteres Überraschungsei öffnen! Das... Gelbe Ei! Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Eins, zwei, drei! Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Eins, zwei, drei! Und hier ist eine Prinzessin in einem grünen Kleid. Ein grünes Kleid lässt uns ein weiteres Überraschungsei öffnen. Das... Blaue Ei! Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Eins, zwei, drei! Überraschung, diese Prinzessin hat ein lila Kleid. Ein lila Kleid lässt uns ein weiteres Überraschungsei öffnen. Das... Lila Ei! Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Eins, zwei, drei! Sie trägt ein orangefarbenes Kleid. Ein orangefarbenes Kleid lässt uns ein weiteres Überraschungsei öffnen. Das... Rosa Ei! Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Eins, zwei, drei! Und die letzte Prinzessin trägt ein rotes Kleid. Ein rotes Kleid. Bravo, bravo! Danke für diese tollen Geburtstagsgeschenke. Ja! Auf Wiedersehen, Kinder! Hallo Freunde von Titoni! Kommt alle und entdeckt die Überraschungen. Ja! Los geht's! Lasst uns die Überraschungen entdecken. Eins, zwei, drei! Oh, seht mal! Das sind bunte Überraschungseier. Lasst uns das Runde öffnen. Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Eins, zwei, drei! Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Eins, zwei, drei! Wow, ein Polizeiauto! Lasst uns ein weiteres Überraschungseier öffnen. Das gelbe Ei! Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Eins, zwei, drei! Juhu! Ein kleines Feuerwehrauto! Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Eins, zwei, drei! Das ist ein tolles Motorrad! Ja, ja! Lasst uns ein weiteres Überraschungseier öffnen. Das blaue Ei! Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Eins, zwei, drei! Hier ist ein Krankenwagen. Haha! Lasst uns ein weiteres Überraschungseier öffnen. Das rosa Ei! Das lila Ei! Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Eins, zwei, drei! Super! Ein riesiger Bagger! Haha! Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Eins, zwei, drei! Und zum Schluss ein grüner Traktor. Haha! Bravo! Bravo! Danke für diese tollen Geburtstagsgeschenke. Ja! Auf Wiedersehen, Kinder! Hallo, Freunde von Titoni! Lasst uns die Eier öffnen und die Tiere der Savanne finden. Ja! Los geht's! Lasst uns die Überraschungen entdecken. Eins, zwei, drei! Oh, seht mal! Das sind bunte Überraschungseier. Lasst uns das bunte öffnen. Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Eins, zwei, drei! Hier ist ein schöner Elefant. Lasst uns ein weiteres Überraschungsei öffnen. Das orangene Ei. Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Ein, zwei, drei. Oh, schaut, ein kleines Öffchen. Lässt uns ein weiteres Überraschungsei öffnen. Das gelbe Ei. Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Ein, zwei, drei. Wow, ein Tiger, seid vorsichtig. Lässt uns ein weiteres Überraschungsei öffnen. Das grüne Ei. Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Eins, zwei, drei. Oh, seht euch die Schlange an. Lässt uns ein weiteres Überraschungsei öffnen. Das blaue Ei. Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Eins, zwei, drei. Ein Nierpferd. Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Eins, zwei, drei. Und hier ist ein Zebra. Lässt uns ein weiteres Überraschungsei öffnen. Das rosa Ei. Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Eins, zwei, drei. Ein gefährlicher Löwe. Bravo, bravo. Danke für diese tollen Geburtstagsgeschenke. Auf Wiedersehen, Kinder. Ja.